Jo, meine Kartoffel-Freundinnen, willkommen zu einer Folge Rainbow Six. Wir haben uns heute mal was Spezielles ausgedacht und mit dabei sind... Ilu! Nein. Thomas! Nein. Alex! Was geht? Björn! Hallo! Ich erkläre mal kurz was. Also wir machen... Das habe ich bei einem anderen YouTuber gesehen. Wir spielen Glass Roulette. Das heißt, der Angreifer nimmt Glass und spielt gegen uns vier sozusagen. Der Angreifer nimmt Glass, die Verteidiger nehmen alle Rekruten. Wir stellen uns alle auf die Nordseite und Alex ist in dem Fall der Glass, der Sniper. Er hat die Möglichkeit, vier von den sechs Fenstern zu zerstören und uns dabei zu töten. Wir verstecken uns da natürlich beliebig hinter den... Er rinnt immer noch! Sag mal, sag einfach, wenn du bereit bist. Jörn, leckst du mal. Äh, warte, warte, ich bin bereit. Und Alex schießt jetzt. Warte, ich geh mal kurz in die Kamera. Vier, fünf, sechs, okay. Genau, es sind sechs Fenster. Und genau, und vier Gegner. Nee, die Tür nicht, nur die Fenster. So. Und Alex darf jetzt aussuchen, in welche Fenster er schießt und in welche nicht. Und ich finde, das wüsste ich, ich habe Angst. Okay, ich bin bereit. Sind alle bereit? Ja. Ich habe ein paar Smokes geworfen für den... Ja, dann gib alles, Alex. Viel Glück. Ich will mal sagen, das erste Fenster war fail, ne? Ja, aber wenn ihr euch da rechts oder links versteckt... Nee, wir stellen alle vorm Fenster. Ich sehe das. Hast du ein Wall-Eck hier wieder? Hallo? Nein! Nein! Oh Mann! Er schießt erst mal so daneben, sieht man mein Konto. Ich habe Björn verletzt. Björn, geh zurück. Einfach zurückriechen, dann tötet er dich. Björn hat das Steimeldraht hingelegt, Alter. Ja, wie soll ich jetzt werden? Ja, Björn kommt doch zurück. Du siehst ihn doch jetzt, oder? Ja, Björn stirbt doch gleich. Nee. Ah, er stirbt eh. So, ein Fenster hast du. Achtung, jetzt ist es so, Alex hat seine vier Fenster zerstört. Jetzt dürfen die überlebenden Rekruten, in dem Fall nur Thomas, gegen angreifen. Also er darf nur durch die Fenster schießen, aber, tja, viel Glück. Nur Pistol, Alex, ne? Damit das fair ist. Ja, du hast vier Fenster zerstört, dauernd dann nicht. Erstes war fail, dann zwei und drei Leute getötet. Ja, vier Fenster. Gib alles, Thomas. Ach, da oben ist er. Hä? Ach, da. Le, siehst mich gar nicht. Doch, siehst du ja gar nicht. Na, komm. Komm. Ich werde den YouTuber übrigens unten in der Beschreibung verlinken, damit ihr seht, von wem das ist. Es ist ein englischsprachiger YouTuber, aber ich fand die Idee so derbe witzig, deswegen habe ich mir gedacht, komm, holst du das. Digga, kriegt ihr das auch mal hin? Das ist voll schwer, weil wir beide händlichen. Ach ja, nochmal dazu. Jede Runde, jeder Spieler darf zwei, ähm, darf zwei Runden angreifbar sein. Zwei Runden, ne? Du hättest die Kamerazeit, glaube ich, die Vorbereitungsphase ein bisschen niedriger machen können. Wo ist die Nordseite? Ne, ich glaube, Björn braucht immer eine Weile, um zu entscheiden, wo er hin will. Ich glaube, ich gehe woanders hin. Hey, Thomas, 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 hier. Hier ist die, ne. Ich glaube, er das funktioniert. Alex, ohne Drohnen, ne? Thomas, trägt... Oh, 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 nein, nein! Okay, aber Position und Sex ist verboten, oder? Was ist verboten? Position wechseln? Ja, ja, du hast... Ja, ja, das ist verboten. Das wäre ja immer geil, du, es war... Er ist zu... Wurde entdeckt, ey, fickt euch. Ja, Punkte, Punkte! Alle sind bereit? Darf ich anfangen? Ich steh auf, ja. Oh Gott, persönlich! Wo ist diese scheiß Kamera? Wo ist die Kamera? Links von dir, links von dir, links von dir. Du Bixer! Ilo hat wieder den One-Click kassiert. Verdien, verdien! Zweites Fenster. Ah! Da ist noch einer. Ey, weg in den Händen zurück. Hä? Es bewegt sich gar keiner. Ich hab ne Band kaputt gemacht. Was kriegst du denn? Hast zwei Fenster jetzt kaputt? Nein! Hä? Warte, warte mal. Ja, wir waren zu zweit dahinter. Warte, ey! Ich kann nicht! Thomas hat ein Schild hierhin gebastelt. Ich komme da nicht durch. Warte, 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 warte. Ah doch, ich komme durch, ich komme durch. Kannst du mich sehen? Äh, warte. Ja. Warte, ich erledige es. Ja, okay. Oh Gott. Björn geht wieder zu deinem Loch. Ich warte. Ich geb dir vier Sekunden. Ja, ich warte. Hä? Björn hat mich geteamkelt? Oh, du Arschgesicht. Okay, bist du bereit? Ja. Die Sache ist, entweder ist Björn dumm oder nicht. Entweder ist er jetzt bei dem, bei dem Team ist er daneben und war das Ding so schnell, oder? Ich glaub das auch. Rotfahrtkarte. Okay. Dritte, aber dritte ist Fenster, ne? Jetzt kommt das vierte. Ne, ne, ich hab da schon das vierte. Das ist das vierte. Achso, okay. Ja, Björn, gib alles. Ich habe dir einfach gefickt. Ohohohohohohohoho. Oh mein Gott. Der Klingel kriegt. Ja, mit dem Revolver kann das sogar meine Mutter. Oh, Alter, bam. Wer hat Cabrera genommen? Ilu. Ilu. Ja, ich wollt grad sagen. Ilu schummelt. Ilu. Schummler. Ilu mogel. Ja, ja. Der größte Luke ist dran. Oh, Junge, du Ficker. Wer braucht wieder am längsten zum Laden? Richtig, Ilu. Digga. Digga, er gibt mir wieder. Er gibt mir erst mal direkt den Kopf, Alter. So, wir befinden uns jetzt hier in der zweiten. Hör mal auf jetzt. Ähm, wenn Ilu mich nicht sieht, äh, Björn mich nicht sieht, darf ich mich dann einfach, einfach da weitergammeln oder, oder weiter mich erküllen? Hey, was? Na? Hui, ist der Hilder? Ha. Mist, ich hab nicht gehören, Alter. Mann, was soll das? Ich geh hier immer. Ich hab nur noch 21 jetzt. Ich hab ein. Ich hab ein. Hör auf jetzt. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Jetzt hör auf. Jetzt hör bitte auf. Guck mal, das kommt wieder auf. Das heißt das Loch. Hallo, Corny. So, los geht's, los geht's. Alex, Trick 17. Alex. Alex, Alex, guck mal. Trick 17. He he. Oh, Alter, Björn. Junge. Ich hab noch kein Fenster zerstört. Ja, das zählt als Fenster. So. Freu dich, oder? Drittes, drittes. Drittes, drittes. Hä? War er jetzt, oder kommt jetzt? Okay, und jetzt kam viertes. Und der verkackt. Ich hab, ich hab vier jetzt. Ich hab jetzt vier. Marcel, weißt du was? Was? Nix sogar. Er hat ein Fenster verschockt, er war nicht geschehen. Oh mein Gott, dieses Ape. Warum? Weil Alex geschummelt hat. Ich hab nicht geschummelt. Er hätte mich doch, er hätte das Fenster kaputt machen müssen, hat er mich gesehen. Easy. Ohne Witz, Alter, ich hab aber zwei Wands. Easy. Ich wollte hin, ich wollte hin, ich hab mir gedacht, nee. Mi, 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 mi. Er will nur mit Schild rumrennen, mi, 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 mi. Ich finde, wenn er nur ein Loch in das Fenster macht und er mich nicht sieht, ist das okay. Nö, ich finde, wenn er das Fenster kaputt gemacht hat, dann ist das auch, äh, gilt das auch. Wenn er das komplette Fenster kaputt macht, dann wird er mich ja sehen, weißt du? Ja, mach erst halt die Tür auf. Ich spür und ist kaputt. ALLE ERZT VORAUS RENNEN ILO, wenn du jetzt wieder als erstes stirbst, ohne Witz zu Christian Award. Ich fahre eigentlich eh den Lokabier als erstes. So'n Grundschutz. Jetzt muss ich meine Position wechseln, Björn ist scheiße. Ja, das ist ein richtiger Hundesund. Ey, Björn, hör auf, wenn du jetzt innen rumspannst. Sollte. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, ich bin noch nicht Bury. Ah! Warte mal. Jürgen, was war das denn, Alter? Ich bin ready! Super, nice! Äh, eh, wo bin ich denn, Alter? Thomas, hält die Nutte. Hä? Ich war das nicht. Ich bin auf der falschen Seite, auch. Geh dann retten! Wartet Jungs, ich bin noch nicht ready, ich bin auf der falschen Seite. Was meinst du? Dahinten ist er! Dahinten kommt die, Lodde! Dahinten kommt die. Wabang. Dann kommt die Note Fick dich Guck hin, mal guck hin Ich hab zu Angst Warte mal Ist das dein Er... NEIN Erstes Fenster Ich würd gern Björn zugucken können Ja, das wär echt geil Alex versteckt sich wieder so halt Zweites Fenster Aber guck mal, wenn er hier nur ein Loch hat, der mich nicht sieht, ist das ja sein Problem Björn, mach die ganze Fenster mal ganz kaputt Grittes Fenster Und Ja Ilo, gib alles Gib alles Wahnsinn, das ist vielleicht im Haus Hä, du darfst aber nicht Seiten wechseln Armer Skills, Junge, ich hab die Oh Da war ich froh, dass ich Ilo direkt gegillt hab Junge Junge So kann ich überhaupt suchen Ja Ey Revolver, Revolver, Revolver Revolver Wechsel Tschüss Für Tark Ich Tschüss J